Hallo und willkommen zurück. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Präsentation und Vorbereitung. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie bereite ich mich auf eine Präsentation vor und die zweite, wie halte ich eine Präsentation? Zunächst schauen wir uns einmal die Vorbereitung an. In der Vorbereitung auf die Präsentation sollte man sich sein Plakat noch einmal ganz genau ansehen. Damit du nachher auch alles gut vortragen kannst, solltest du es besonders gut kennen. Am besten ist es, wenn du dir nochmal alle Stichwörter anschaust und alle Stichpunkte auf Stichwortzettel oder Karteikarten schreibst. Ein Stichwortzettel kann ein beliebiges Stück Papier sein. Dennoch sollte dieses Stück Papier nicht zu groß sein, das heißt höchstens eine halbe DIN A4-Seite und du solltest darauf nur wenige Stichwörter unterbringen und dabei natürlich groß schreiben, damit du es alles auf einen Blick direkt siehst. Karteikarten sind etwas dickere Stichwortzettel, die einfach aus Pappe bestehen. Man kann sie im Laden kaufen, es gibt sie in kleinen Größen, aber auch in größeren Größen. Hier habe ich dir einmal einen Stichwortzettel bzw. eine Karteikarte zu meinem Plakat mitgebracht. Oben siehst du die Überschrift zu dem Unterthema und darunter siehst du alle Stichpunkte zu diesem Unterthema. Anstelle des Stichwortzettels oder der Karteikarten kannst du auch einen Volltext schreiben, in dem du die wichtigsten Wörter markierst. So ein Volltext mit Markierungen kann sinnvoll sein, wenn du dir beim Sprechen unsicher bist. Ich habe dir hier mal so einen Volltext eingeblendet. Volltext bedeutet, dass du ganze Sätze schreibst und die Markierungen setzt du bei den Wörtern, die wichtig sind. Es kann dir manchmal helfen, so einen Volltext vorzuformulieren, das heißt vorzuschreiben, wenn du unsicher bist, ob du dich verhaspelst, versprichst oder nicht mehr den Anschluss findest an das, was du vorher gesagt hast. Bitte merke dir, solche Zettel wie der Stichwortzettel oder der Volltext sind nicht dazu da, dass du alles vom Blatt abliest. Diese Zettel sind nur dafür da, dass du, falls du einmal den Faden verlierst und nicht mehr weißt, wo du dran bist, genau weißt, wo du die Informationen wieder findest. Sieh diese Materialien wirklich nur als Unterstützung im Notfall an und bereite dich durch fleißiges Üben deines Vortrags darauf vor. Wenn du die Inhalte deines Plakats genau kennst und auch weißt, was in den Unterthemen zu finden ist, dann benötigst du diese Materialien gar nicht mehr als Unterstützung. Durch wiederholtes Üben deines Vortrags wirst du immer sicherer und kannst dir auch immer besser merken, was in den einzelnen Unterthemen für Stichpunkte vorhanden sind. Nun kommen wir zu unserer zweiten Frage. Wie halte ich eine Präsentation? Dafür habe ich für dich die wichtigsten Punkte einmal festgehalten. Der erste wichtige Punkt ist, gucke immer deine Zuhörer an, dreh ihn nicht den Rücken zu. Natürlich schaut man dabei eher freundlich und ganz wichtig, halte deinen Stichwortzettel nicht vor deine Augen, sondern halte ihn tiefer, wenn du einmal darauf gucken musst. Das Plakat sollte immer von allen gesehen werden. Das heißt, stell dich neben das Plakat, seitlich, so dass du, wenn du etwas zeigen möchtest, einfach die Hand erheben kannst und dabei kannst du dennoch weiterhin deine Zuhörer ansehen. Das heißt, dreh dich nicht zu deinem Plakat um. Du weißt ja, wenn du dein Plakat gut kennst, wo alles ist. Nun kommen wir zu einem sehr schwierigen Punkt, den man sich erst gut antrainieren muss. Zu der Sprechweise. Ganz wichtig ist es, dass du, wenn du ein Plakat vorstellst, laut, deutlich und langsam sprichst. Bei einem Vortrag ist es häufig so, dass sich viele Leute in einem Raum befinden und auch derjenige in der letzten Reihe soll noch alles verstehen können. Bis man seinen Vortrag wirklich so gut kann, dass man all diese Sachen beachtet, muss man ihn wirklich häufig üben. Nun nenne ich noch ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Erstens, hänge das Plakat gut sichtbar auf, so dass jeder es sehen kann. Zweitens, nenne zu Beginn deiner Präsentation immer das Thema, damit auch wirklich jeder weiß, worum es geht. Zeige während des Vortrags zu den Bildern, die zum jeweiligen Thema passen und erkläre sie. Wackele und hample während deines Vortrags nicht hin und her. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du zwischendurch deine Stehposition änderst, aber schnelle Bewegungen lenken deine Zuhörer eher ab, als dass sie sich dann auf dich konzentrieren. Frage am Ende jedes Vortrags danach, ob es noch Fragen gibt und wenn es Fragen gibt, beantworte diese. Das gibt deinen Zuhörern die Möglichkeit, nicht verstandene Sachen noch einmal nachzufragen und sich genau zu vergewissern, ob sie alles richtig verstanden haben. Nachdem du das alles weißt, bist du ein richtiger Präsentationsprofi. Nun heißt es nur noch üben, 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 bis dein Vortrag beinahe auswendig sitzt. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg.